Hallo zusammen und willkommen. Hier ist Pascal und dieses Video wird sehr kurz sein. Ich möchte es nutzen, um anzukündigen, dass wir etwas Neues und Frisches starten. Für diejenigen unter euch, die auf unseren mehrsprachigen Kanälen zuhören, die wir in acht verschiedenen Sprachen gestartet haben, Deutsch, Französisch, Spanisch, Russisch, Türkisch, Arabisch, Chinesisch und Japanisch, Ihr habt einer mehrsprachigen Version des ursprünglichen englischsprachigen Kanals über Neutralitätsstudien gefolgt. Vielen Dank für all eure Unterstützung bisher. Wir haben dieses Pilotprojekt durchgeführt, um zu sehen, ob die Leute englischsprachige Inhalte in anderen Sprachen mögen würden. Und es stellt sich heraus, dass ihr das tut. Wir haben eine gute Anzahl von Abonnenten in Deutsch, Französisch, Spanisch, Japanisch und Russisch gewonnen. Wir werden weitermachen und in naher Zukunft noch mehr Videos produzieren. Denn wir öffnen jetzt unser Sprachübersetzungssystem für andere Videoersteller. Im Hintergrund, wann immer ich ein Video mache, verwendet mein Kollege Andreas eine ausgeklügelte Software, die er selbst entwickelt hat. Diese Software erstellt die Übersetzungen und die Audiosynchronisation, sodass ihr hören könnt, was ich und andere in eurer Sprache sagen. Wir sind jetzt an dem Punkt angelangt, an dem wir mehr Videoproduzenten hinzufügen können, um mehr von dem zu tun, was ich pro-friedliche Propaganda nenne. Das bedeutet, eine vernünftige Analyse von Weltgeschehnissen und gutes Denken zu liefern. Es gibt andere Leute im Internet, die viel guten Inhalt auf Englisch produzieren, und wir möchten dies in ihre Sprache bringen. Also werden wir mehr Videoproduzenten fragen, ob sie sich uns anschließen möchten. Um dies richtig umzusetzen, werde ich die verschiedenen Sprachkanäle von meinem ursprünglichen Neutrality Studies Inhalt trennen. Von nun an werden die Kanäle, die Sie hier sehen, Sane Fox genannt werden. Wir hoffen, dass eine vernünftige Stimme, Fox als Symbol für Stimme, für Sie ansprechend sein wird, und dass es Ihnen Freude bereiten wird, andere Videoproduzenten in ihrer eigenen Sprache zu hören. Also, seien Sie bitte nicht überrascht, wenn in ein paar Tagen der Name dieses Kanals zu Sane Fox Deutsch, Sane Fox Französisch, Sane Fox Spanisch und so weiter wechselt. Es werden immer noch wir sein, die die Kanäle betreiben, und wir werden neue Leute, mehr Stimmen hinzufügen, und wir hoffen, zu einer Diskussion darüber beizutragen, wie Frieden erreicht werden kann und wie eine realistische und vernünftige Analyse von Weltpolitik geführt werden kann. Also bleiben Sie dran, was als nächstes auf diesem Kanal kommt, und bitte senden Sie uns Ihr Feedback und Ihre Kommentare. Wir schätzen die Unterstützung sehr. Lasst uns gemeinsam für eine friedlichere und vernünftigere Welt arbeiten.